Noch mehr bei Winn! Ich sehe Sie! Vielleicht haben Sie darin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Dort ist es! Gib mir einen Zielwinkel! Und los! Ruhig halten! Mist! Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchsuchen. Hilf mir! Ich krieg das Schwein! Klar! Habe Iwak-Schef angefordert! Erst grüßt! Rata! Marine, zusammen zur Iwak! Und da pronto! Boah, tut... Was... ...hut. Ich bin ein Wann fett. ...denkissen Sie sich nicht hinterfüllen. Ich bin ein Wachstum. Drei domin Sein. Oh mein Gott! David! Siehst du ihn? Da siehst du ihn! Suchen wir ihn! Ich bleib nicht hier und lass mich abknallen! Helfen Sie mir! Halt die Schiffe! Halt die Schiffe! Siehst du ihn? Siehst du ihn? Siehst du ihn? Siehst du ihn? Die Schiffe! Die Schiffe! Bleib mir vom Hals. Kann das brennen? Und ein anderes in der Nähe der Flussmündung. Schwer von hier oben was zu erkennen, aber ich glaube, da sind noch mehr Überlebende. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Weglaufen nützt nichts. Wir sind auf dem Weg. Noch mehr von denen! Sparteuer! Weiter so! Ha! Oh Mann! Ich hab sie! Los geht's! In den Bergen oberhalb des Komplexes halten sich Marines versteckt. Die Kavallerie ist da! Sie schickt der Himmel schief. Es sieht nicht gut aus. Rufe Landungsschiff, um sie rauszuholen. Und nächstes Mal zeigen wir es ihnen richtig. Ich krieg das Schwein. Sie sind überall hier unten. Gebt mir Feuerschutz. Die Kavallerie ist da! Das war's für heute. Das war's für heute. Echo 419 an Cortana. Vohammer ist in Position und bereit, weitere Leute rauszuholen. Verstanden, Vohammer. Wir freuen uns schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Wir werden die letzte Kapsel suchen, Echo 419. Viel Glück. Die letzte Meldung besagen, dass die Allianz die Abspottstelle der Pillar of Autumn entdeckt und gesichert hat. Die letzte Nachricht ist, dass der Caps noch lebt. Die letzte Nachricht ist, dass die Allianz alle überlebenden Crewmitglieder gefangen genommen hat. Lassen Sie uns die letzte Rettungskapsel finden, um mit den überlebenden Kontakten auszunehmen. Habe sie erwischt! Überlebende entdeckt. Zwischen den Felsen dort sind Marines versteckt. Mian, kommst du nicht! Was zum... So, komm mal auf Munitionsbahn! Ich verpiss mich! Ich bin dran! Mann, mir reicht! Sperrfeuer! Alle Magen, du Kind! Dort ist es! Gebt mir Feuerschutz! Hier kommt Nachschub! Los geht's! Sperrfeuer! Davon gibt's noch mehr! Weiter so! Hey, das war meiner! Am Ziel bleiben! Ich hab sie! Los geht's! Nichts! Noch mehr! Hier drüben! Roger! Was zum... Logenplätze fürs Höllentheater! Schönen Gruß auf! Was ist das? Das hört scheiß! Hä? Was ist mir einfach übrig? Ich kann's gar nicht mehr abfahren! Mist! Sie sind überall! Mist! Ich seh sie! Ich seh sie! Und los! Check das ein! Zauber! Ich hab sie! Gebt mir Feuerschutz! Gefällt dir das? Ausgezeichnet! Jetzt treibt mich nichts auf! Jetzt könnt ihr noch was lernen! Hier kommt Nachschub! Los geht's! Hier drüben! Ich sehe sie! Hab mehrere Ziele! Oh! Hau rein! Leerst Platz! Oh ja! Willst du mehr? Ja! Neue Daten aus dem Netz der Allianz! Ich habe Captain Case gefunden! Er ist auf einem Kreuzer der Truth and Reconciliation! Den hab ich zusammengeschossen, bevor wir von der Autumn runter sind! Die Truth and Reconciliation ist auf einem Wüstenplateau etwa 300 Kilometer von hier gelandet! Da ist unser Taxi! Rein da und weg hier! Willkommen an Bord, Master Chief! Bereit für Abtransport! Auf geht's, Lieutenant! Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz! Wir sind seitmal glänner! Danke! ! Wie solltet ihr euch haben?